so jetzt einfach ganz normal was ist das denn für eine scheiße modul 10 ich hatte das hat mich einfach eine unsichtbare kraft hat mich gerade aufgehalten ich schwöre wie bin ich da gar nicht reingekommen das war aus meiner perspektive gerade irgendeine unsichtbare kraft ich bin nicht gesprintet wenn du siehst mich hier ne muss ich da drauf dafür bin ich zu blöd ja musst du wenn meine schmerz von hier oder gehe ich einen tiefer ich gehe nicht einfach hallo ich sag ich habe angst ich will nicht runterfall ich bin tot jetzt muss ich nur noch auf den zaun mauer da das was wieso das geht nicht doch doch der geht der ist nicht noch so schön wo muss ich muss ich von hier springen ja du musst da auf die links von diesem teppich also da ist ja dieser teppich von links davon ist da und dann sollte es nein der geht nicht denkt der geht nicht aber der geht gar nicht der geht nicht ja ihr dürft für mich ist mir jetzt scheißegal du machst man oh mein gott 200 hat nur jumpfels legend voll glaub ihm das gar nicht ja ok ich schon aber der ist eigentlich voll schlecht deswegen glaube ich ihm das mal der hat safe den haben nur angemalt den helm gell genau das ist eigentlich ein helme hallo zeig mal helm wo ich will helm sehen ja komm zu uns ja wie wo seid ihr denn hier ich hab meinen antin auch vielleicht noch hallo wie hast du den kill von uns die platzschwogen warte bleib mal kurz stehen zwar nein was fließt denn da vorbei hä wo bist du denn du fett sagen junge das sind die helme mit dem mal das sind die die hat nicht dann dropp mal kurz den helm hoff nun ballad wies bei dir komm dann denken die dass wir beide null für elzer ja aber das gönne ich dir nicht ich hab ihn eh schon mal angehabt heute was meint ihr denn schon mal angehabt ah ich könnte sterben und TNT macht damage der 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 ist besser als ich ey wieso ist der denn besser als ich ja wieso läufst du denn weg äh mich ich bin dumm ja weil ich verfolgt wurde werde ich bin dumm du hast den doch grad gefightet dachte ich ja jungs jetzt lasst ihr mich halt ins offene feuer laufen ja ja das war jetzt nicht das stichwort was ich sagen wollte ey 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 ich hab ihn im web ich hab ihn im web ich hab torben im web torben ist im web torben ist down aber ich bin tot ich hab torben down ich hab torben is down jungs torben is down was soll das denn hier ich weiß es nicht ja wegen der hab ich gestorben michael das musst du einsen wir hatten nur noch der geld erteilen ghosten jungs ich sterbe glaub ich torben ist zwar tot aber die anderen sind nicht tot ist unfair ja wo bist du denn warte ich töte torben ja wir töten torben torben kommt wo ist torben wir töten torben lasst torben töten wo ist torben ich seh es torben torben rennt weg oh ich hab nur noch ein torben ich bin tot glaub ich gönn ich dir doch nicht torben warte Sven ich töte torben ich bin ein halbes tot warte ich boost ihn zu dir habe ich perfekt ich bin komplett tot jungen jungen torben lebt noch ich will auch torben hinter mir michi hinter mir da ist rot ja aber ich will kurz den getötet ja junger hinter uns laufen fünf leute hinterher warte hier ist torben ich bin hinter torben der typ ist 1 hp ich bring meine mannschaft mit ich bring meine freunde mit du hast keine freunde hoffentlich ich hab torben 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 wo ist eigentlich torben hin ich wollte doch torben töten torben ist bei mir torben ist hier hier ist torben ich hab ein richtiges problem ich brauch jetzt langsam mal eine region warum bin ich den namen torben eigentlich so lustig tot aber torben ist tot torben ist raus torben ist raus alles gut torben ist raus aber die haben seinen stuff bekommen jetzt ist torben es lebt torben in denen weiter das ist schlecht Jungs ich fähre der kommt hinter mir ich hab noch krass viele weg ja ich bin aber noch bisschen low oh mein gott ich baller ihn er läuft weg weil er weiß dass ich besser bin ich lauf links rum ja aber er hat einen plan wir müssen torben auch planen das ist halt das problem torben ist tot nein torben lebt noch in denen weiter du hast doch Jannik gehört so das stimmt ja die haben deren stuff dicker hat jemand ein gold äh ja ich hab 12 gold und einen apfel ja gib ja ich hab noch einen apfel noch mehr gold dahin gelegt hat jemand einen eisen oder braucht jemand einen eisen und einen stick michi ich hör ne da warte jeder hat einen gap komm mal ja darf ich äh darf ich äh den crafting table kurz haben Jannik ne ich hab keinen mehr äh der ist kaputt gegangen der ist kaputt gegangen der geht doch auch manchmal einfach kaputt ja der hat nur ein paar abuse schade ich hatte Hoffnung dass es raus droppt wenn man dich weg hätte also eigentlich nicht das möchte das nicht Jannik Jungs da ist Torben ja Torben ja Torben lass Torben töten Jungs äh ich bin tot ich hab nur noch ein Leben warte ich muss gap der michi hat mich abgelenkt oh michi ist tot ja also er ist schlecht deswegen stirbt er wahrscheinlich der kommt der andere ja ja warte ich hab gleich die Hälfte von Torben ist gleich tot Wandel da boost oder ja ich krieg wenn man springt kriegt man richtig viel knockback nein meiner hab ihn sicher warum rennen die eigentlich die ganze Zeit weg Bro haben die Hoffnung also ich verstehe das nicht so genau ja das ist halt holt ihr den kill ja nicht nicht das rennen wir ja Achtung FNS Jungs er hat FNS tot hallo wer hat mich jetzt ins FNS geboostet Mann das war ich hallo doch assi ey eine Hälfte von Torben ist tot beide Hälften sind tot ich bin tot Torben ist gefallen Torben ist tot Digga Torben ist runtergefallen auf den Boden ich äh brauche manchmal auf den table äh hab keinen meiner ist kaputt im Gang ich war nur ein Jungs die wollen wir nicht machen was sagen wir dazu ja machen wir ich würde sagen Sven macht gegen dir oder Torben macht das Torben macht das nein macht kein Torben jetzt weiß er nicht wer Torben ist wer ist Torben weiß ich nicht ne Frage zeige ich gute frage äh wo sind die was wir wollen wollen die sind zu zweit lass mal lieber 2v2 mach 101 mach 101 gegen die beiden komm einer her komm einer her komm Bodi Michi du stirbst so safe oh mein Gott warte wie mach ich das jetzt wie kann ich den backsteppen warte ich muss den hast du das Gold rausgenommen? komm 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 lass den jetzt auskippen auf 3 wenn der im End ist los no fron oh da hat er nicht da hat mir jemand den kill gegeben ich lebe nicht in den kill bekommen Junge wie hab ich eigentlich kranke 2kits gemacht in der Runde aber ich hab eigentlich gar nicht den kill gemacht aber ich hab eigentlich gar nicht den kill gemacht halt so halt so